Servus Leute, heute haben wir wieder ein ganz spezielles Crazy Friday Angebot. Heute haben wir den Artikel Pokemon Top Trainer Boxen von Karmicin & Pupur. Vorher war der Preis 59,99€, mittlerweile sind wir bei 49,99€. Natürlich habt ihr die Chance beide Boxen zu ergattern, einmal in lila und einmal in rot. Bei beiden ist derselbe Inhalt drin, nur unterschiedliche Farben und zwei unterschiedliche Pokemons. Natürlich könnt ihr euch das gerne online bestellen bzw. hier bei uns im Markenstore vorbeikommen. Ich freue mich auf euch, bis dahin, euer Eric, macht's gut, ciao!